Hallo Freunde der gepflegten Monsterhatz, hier ist wieder euer Mario und ich, im Moment sitze ich auf der Warteliste, auf dem PTR, oh, vorbei. Blöderweise ist irgendwie mein Account, ich glaube es gab ein Update, es ist alles wieder zurückgesetzt, und ich kann meinen Account aus dem Europa, vom Europa Realm nicht hier rüber holen. Ich bekomme immer eine Fehlermeldung, 395.017, glaube ich, ist die, wow, bist du laut. Ich glaube es ist komplett alles zurückgesetzt worden, es ist alles, ne doch nicht, das war aber trotzdem laut eben, naja auch egal. Tja, ich habe alle, oh, ich habe einen neuen Begleiter, meinen Templar, oh, den muss ich mir gleich holen, sonst vergesse ich das nämlich wieder. Ich kann mir die ja schon, ich kann mir die ja schon, die sind hier, oh, ich bin schlamm. Komm mal her, mein Templar, Freund. Ich habe ein leitendes Licht. Ich wollte euch heute eigentlich nochmal die zwei neuen, es gibt zwei erweiterte Gebiete zeigen, und zwar ist das einmal Leoriks Anwesen. Und ich kann mir auch schon genau vorstellen, wo das ist. Ich war da jetzt noch, oh, Schnauze da. Ich war da jetzt noch gar nicht, äh, Innenhof von Leoriks Anwesen. Innenhof, ich will nicht in den Innenhof. Wo musst du hier noch hin? Nordliches, nördliches, muss mal gucken. Ach doch. Äh, was ist denn hier? Wo kommt denn der Wegepunkt hierher? Seit wann sitzt denn da ein Wegepunkt? Den kenne ich ja so gar nicht. Was ist denn das hier? Da stimmt doch was nicht. Ist ja geil, jetzt ist hier ein Wegepunkt. Ja gut. Als das Spiel rausgekommen ist, ist man hier von einer unfassbaren Menge an Monstern überrannt worden. Die mir jetzt ja wahrscheinlich, ich meine, das ist irgendwann kleiner gepatcht worden. Achso, das ist gar nicht mehr. Hey, wer bist denn du? Guck mal, du läufst schon da lang. Genau da hab ich nämlich gedacht. Geht's lang? Ah, wie geil. Abgefahren, 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 abgefahren. Hey. Die königlichen Gemächer. Oh, ich hab schon so lange keinen Dämonenjäger mehr gespielt. Bin jetzt hier so an die Zauberin gewöhnt. Ich kann ja hier noch gar nix. Das sieht aus, als würde ich hier Sperrwerfen. Olympia. Olympiadisch. Olympische Sperrwerf. Sperrwurf. Juhu. Wieder lauter neue Fenster und Fertigkeiten. 15 getötet. Doktoriker des Gemetzels. Schnauze da hinten. Loyaler Hofmagier. Ich geb dir gleich, ich bin der Einzige, der hier mit dem Bogen schießt. Ich glaube, er uns hackt. Was hat er gesagt? Ich hab keinen Tod verstanden. Blöder Idiot. Ruhm der Nefale im Schnauze. Kenn ich alles schon. Brauch ich alles nicht. Was hier? Ich seh nix. Ich muss einen Schritt weiter reingehen, sonst seh ich ja gar nix mehr. Ach, guck mal hier. Der tötet mit einem. Finde ich besser so. Das finde ich besser so. Äh, ich glaube, ich hab bla bla sogar noch ausgeschaltet. Oder? Ne, sprach laut, schwer gesagt 80. Doch, die haben alles wieder gleichgesetzt. Alles. Ich hatte vorher immer Sprache auf Null. Naja. Schau mal mal. Mein Name ist Lachdanan und ich bin verflucht. Das ist das Gleiche. Das ist ja ein Altes. Das ist ja Beschiss. Ich dachte, die bringen hier auch neue Sprüche oder irgendwas, aber anscheinend nicht hier. Hey, 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 hey. Kommen Sie mir aber nicht so nah, junger Mann. Nicht genug Hass. Nicht genug Hass. Ich könnte jetzt was über meinen Hass sagen, den ich aktuell verspüre auf einen gewissen Menschen. Auf der Arbeit. Beziehungsweise auf der Arbeit meiner Frau. Beziehungsweise auf der ehemaligen Arbeit meiner Frau. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, dann würde ich mir gerne eine meiner Armenbrüste nehmen, die ich hier zur Verfügung habe. Und würde dem guten Mann gerne mal einen Besuch abstatten. Und würde mal gucken, wie tief ich in meiner Armenbrust in seinen After rennen kann. Aber wir sind ja alle zivilisiert und nett zueinander. Und deswegen mache ich sowas nicht, sage ich sowas nicht. Ich könnte mein Level abgebaut, damit hier wenigstens alles in die Luft fliegen. Müsste ich nicht alles einzeln anpacken. Handschuhe, Handschuhe, Handschuhe. Handschuhe, Handschuhe, Hand, Axt, so rum. Die königlichen Gemächer. Bin mal gespannt, wo mich das im Endeffekt hinführt. Hauptsache, das ist auch wieder schön düster. So, wie sich das gehört für Diablo. Ja, ja. Ich muss wieder mehr hassen. Mein Hass ist nicht ausreichend. Sie sagt das so nett. Mein Hass ist nicht ausreichend. Ich muss mehr hassen. Es hilft ja alles nichts. Ich muss mehr... Ey! Ey, 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 ey. Ey! Nicht so gezielt, so alle, so trichtermäßig hier. Alle auf mich. Alle auf mich. Ich müsste ja mal an die Jungs da hinten rankommen, aber irgendwie wird das so nichts. Jetzt einer... Brauchst du gar nicht. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Das hat sie aber schön gesagt. Gibt es hier eigentlich keine... Genau, sowas hat sie gesucht. Ich war dir vorher unwohl, liebe Frau. Das ist aber schade. Neuer Heiltrank. Neuer Heiltrank. Hä? Verstehe ich nicht. Das stinknormaler Heiltrank. Das ist doch kein neuer Heiltrank. Na gut. Durch das Tor des Anwesens. Hinein in... Was ist das hier? Die Bibliothek? Oder sowas? Könnte fast Lyrics Bibliothek sein. Hallo, das müssen wir hier vorbei. Das kann ich doch bestimmt auch irgendwo ausstellen, dass wir hier ständig die Fenster aufpoppen. Dass wir die Fenster hier aufficken. So. Jetzt habe ich es gesagt. Jetzt ist es passiert. Jetzt ist es raus. Ja, da bewegen sich schon die ersten Freunde. Freunde der Nacht. Einmal an die Wand geschossen. Eigentlich sogar zweimal an die Wand geschossen. So wie sich das gehört. Oh, was bist du für eine monströser Skelettwächter? Dich kenne ich ja noch gar nicht. Loyale Skelettwächter sind kein Problem. Mit loyalen Leuten kann ich umgehen. Die kriegen einfach ein bisschen Geld und dann ist es vorbei mit der Loyalität. Naja. Nicht ganz sehr wahrscheinlich. Kommt darauf an, wie loyal der Mensch... Oh, hier, da ist wieder Mr. Spooky. Eigentlich ist es Mrs. Spooky. Oh, guck mal. Die zeigt mir eine Geheimtür. Ach, du bist aber nett. Du bist aber nett. Die Tür merke ich mir. Die Geheime da. Jetzt gucken wir erstmal, was wir hier noch Feines haben. Oh. Jetzt hängst du so da draußen rum. Du bist kopflos irgendwie. Kann das sein? Was trägst du da rum? Ne, du hast einen Kopf. Ne, du hast keinen Kopf. Äh, du bist weg. Tschüss. Nein, ich bin kein Schisser. Vielleicht so ein bisschen ab und zu mal. Komm mal her. Zeig mal, was es hier gibt. Hier gibt es doch bestimmt irgendwo. Königliche Rüstungsständer. Lacht an ins Sturmschild. Neue Transmogrifikation. So, war es das jetzt schon? War es das jetzt schon? Sieht ganz so aus. Guck mal, den Raum kriegt man hier nicht mal... Nicht mal, wenn man ihn betreten hat. Wenn er hier... Oh. Ja, genau. So ist gut. So ist gut. Immer schön. Monströse Rückenbrecher. Du wirst mir noch nicht mal den Rücken brechen wollen. Ach. 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 Okay, ich muss erst mal... Okay, doch. Ach, da ist ja schon wieder so ein Futterkerl hier. Oh, die machen aber ordentlich Probleme hier, die Jungs. Und Mädels. Wo ist eigentlich mein Freund? Wieso schieße ich an die Wand? Ich vollidiot. Der hat sogar noch mal getroffen, der Krüppel. Naja, der Arsch. Immer toll. Da war ein Stuhl im Weg. Deswegen habe ich auch keinen Hass, weil ich ständig auf Stühle schieße. Ist ja kein Wunder. Die würde ich auch nicht hassen wollen. Hier, Leute. Ihr seid echt ganz schön zäh, dafür dass ihr bloß ein paar Skelette seid. Ihr lasst nicht mal was fallen. Keine Heil-Orbs. Healing-Orbs. Life-Orbs. Da ist was. Na toll. Jetzt, wo quasi schon alle tot sind. Und hier ist noch einer. Passiert da noch irgendwas? Passiert denn da dann noch irgendwas? Anscheinend nicht. Das heißt, ich habe jetzt Lachtan ans Sturmschild. Hier draußen noch eine Morde. Eine Morde. Eine Morde Monster um die Ecke gebracht. Und das war's. Quälende Fragen. Was ist das denn? Das muss ich mir ja mal angucken hier. Ist gar nichts passiert. Ihr tragt nicht die angemessene Kleidung, um diesen Folianten zu lesen. Wie soll ich das denn jetzt verstehen? Muss ich den komischen Schild anziehen hier, oder wie? Lachtan ans Gegenstand ausrüsten. Ich rüste einfach jetzt mal alles aus, was ich so in der Hand halte. Oder was ich so halten kann. Schwupp, schwupp, schwupp. Hallo? Achso. Zwei, drei Lebenbrücke töteten. Aber halte ich lieber so. Da hier noch eben gerade sich irgendwie... Mit der Meinung war, irgendjemand müsste hier aufmucken. Aber anscheinend... Gar doch nicht. Achso. Jetzt habe ich Lachtan ans Schild angezogen. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob ich das jetzt lesen kann. Deswegen habe ich den blöden Schild ja eigentlich angezogen. Foliant der Z-Portale. Ah. Ach, jetzt... Aber irgendwie... Juhu! Juhu! Passt das wohl schon von den königlichen Gemächern. Gut, dann ist es ein relativ kleines Gemüt. Ist ja auch okay. Ist ja auch nur eine Erweiterung. Ich hätte jetzt allerdings gerne noch ein bisschen mehr gehabt. Das irritiert mich so ein kleines bisschen. Dieser Foliant der Z-Portale. Was er damit jetzt sagen wollte vorhin, dass ich nicht die richtige Ausrüstung anhabe, um den Foliant zu lesen. Jetzt kriege ich zwar nicht mehr die Meldung, dass ich nicht die richtige Ausrüstung trage. Aber wirklich lesen kann ich ihn jetzt auch nicht. Dann würde ich sagen, wenn es euch Spaß gemacht hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß da draußen. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich mache jetzt gleich noch die ewigen Wälder. Das ist die Erweiterung von Sicheron. Die kommt dann sehr wahrscheinlich zeitgleich mit dem anderen Video hier zusammen auch raus. Ja, wir sehen uns dann. Ciao.